Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ähm, wie fange ich jetzt am besten an? Ich fange am besten so an, was auch passiert ist, denn ich hatte eine schöne Folge aufgenommen für euch. Und ja, ähm, wunderbar, nur, äh, ja, es war leider ein schwarzer Bildschirm, den wo er aufgenommen hat. Das war mal wieder Let's Fail hoch 5, aber ich erzähle euch jetzt ein bisschen was, was ich gemacht habe. Äh, hab auch ein bisschen was rückgängig gemacht, das machen wir jetzt zusammen neu. Aber, äh, das, was ich gerade in der Hand habe, das hab ich halt, ähm, erledigt, ohne ich's zurücksetzen kann. Und zwar, ich habe eine Trophy bekommen. Genau. Welche Trophy? Wie, was, wann, wo? Das kommt jetzt so. Als allererstes, ich habe, ähm, das hab ich aber, äh, auch schon für's letzte Mal aufgebaut gehabt. Ich habe mir jetzt dasselbe System, was ich hier mal hatte, hoffe Holz. Ich weiß gar nicht, habe ich das auch so durchzeigt, äh, dass ich da jetzt mittlerweile 1000, äh, naja, nicht 1000. Ach, neun Stück hab, äh, die Holz produzieren. Jetzt kommt er nicht mehr hinterher. Also der produziert Kohle wie, wie noch mal was. Äh, ich merke schon wieder, die sind auch alle voll. Ja, genau. Also, ich habe jetzt einfach Cobblestones hin. Da ist ein Hopper drin, dass der nach unten geht. Dann habe ich dasselbe mit, äh, Kohle gemacht. Und der produziert jetzt halt die ganze Zeit Stein. Genau. So, dann habe ich, äh, die Plattform soweit, ähm, mal vernünftig hochgezogen. Habe jetzt auch angefangen, schon die dritte, den dritten Layer sozusagen hinzuziehen. Habe ein paar Wände reingezogen. Habe hier auch einen Durchgang, äh, gebastelt, dass wir, äh, ins Lager kommen, beziehungsweise ins andere Lager. Also, das ist jetzt nichts, äh, weltbewegendes. So, wir nehmen noch ein bisschen Rotten Flash mit. Denn wir wollen ja auch ein bisschen Leder haben gleich. So, was habe ich noch gemacht? Das war das, was ich vor der Folge schon gemacht habe. Genau. Dann, äh, genau. Dann gehen wir noch eine Ebene runter. Das kennt ihr. Dass da eine Plattform war, das kennt ihr nicht. Dass hier Glas war, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht. Oh. Guten Tag. Danke. Ich weiß nicht, wie viele es schaffen, sich immer rauszuteleportieren. Ich vermute, weil, äh, ich die noch nicht besten Sachen habe. Auf jeden Fall seht ihr hier. Ich habe jetzt auch hier eine Ebene reingezogen. Auch schon drei Layer groß oder, äh, breit. Oder dick. Komm mal alles durch. Na, es stimmt auf jeden Fall. So, und dann, äh, gehe ich da auch schon die nächste Runde runter. Aber hier ist das mal Stopp, äh, ein Stopp drin. Das heißt, ich könnte jetzt dann hier sozusagen noch den dritten, äh, rein, reinhauen. Okay. So weit, so fertig. So, wir haben uns, äh, in dieser Folge, oder, äh, in der letzten Folge und jetzt in dieser Folge um Botanien gekümmert. Genau. Und deswegen habe ich auch noch ein Mana-Tablet, äh, mir gemacht. Damit ich ein bisschen, äh, das Mana da rauskriege. Und ich habe noch, äh, ein paar Spreader aufgestellt. Weil ich habe festgestellt, wenn ich die alle hier laufen lasse, äh, ist diese eine überfordert. Jetzt ist sozusagen dieses Feld auf dem, dieses Feld auf dem und dieses Feld auf dem. Und wir bekommen auch mehr Mana und die Kohle brennt nicht einfach so. Oder das unbekannte Item. So, dann haben wir noch mal 24. Dann müsste jetzt auch noch, wenn wir hier rauskommen, wir brauchen Mana wie die Socke, weil wir müssen jetzt gleich ein bisschen was anschmeißen. So, dann heißt es jetzt, wir haben, könnte man noch ein bisschen Stein holen. Das machen wir gleich. Dass wir da mal hinten ein bisschen was ausbauen können. Habe ich hier auch noch den Leiter drin. Nein. Ich schaue gerade immer die ganze Zeit auch wirklich das Bild aufgenommen wird und nicht wie der schwarz ist. Ähm, ich brauche mal Kappels, äh, nehme ich mal, ja, hier ist es jetzt mit. Müsste es eigentlich reichen. Habe ich bestimmt wieder maßlos übertrieben. Nicht, 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 niemals. So, dann kommt es daher. Ah, ich habe nur drei Sticks dabei. Sehr schön. So, dann hätte ich gesagt, wir machen auf jeden Fall mal aus dem da machen wir das da, aus dem da machen wir das da. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das, was wichtig ist. muss ich nur gucken, wie ich das mache. Eigentlich Habe ich da noch kurz rumfliegen? Lüb. Können wir jetzt wenigstens in dieser Folge schön bauen. Ja. So. haben wir mal drei Stück. So, dann brauchen wir Nails und Lards. Ja, nimm mal. Bist du? Okay. Nails-Panel müsste das sein. Hoffe ich. Nails-Panel. Jawohl. Korrekter. So, dann machen wir das mal auf. Das ist soweit jetzt fertig. Dann kann ich das da eigentlich noch wegmachen. Bitte wegmachen. Auch, das kommt es da drauf. sehr schön. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir hier jetzt noch ein paar Fackeln hin. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schön. Bad kick. sehr gut. Dann hätte ich gesagt, als nächstes brauche ich natürlich dann den Altar. Den habe ich ja, wie man sich es vorstellen kann, vorbereitet. So, und zwar dafür brauche ich Lapis, dafür brauche ich Terra Steel und ich brauche Living Wood. So, jetzt müssen wir gucken, wie ich das gemacht. das wird aufgebaut, ist so. Dann wird das aufgebaut, ist so. Und den Terra Steel Algumente den macht man mit den ganzen Coolen ein Block auf Mana Steel und drei Lapis weil ich vier Stück verbaut habe. So, dann haben wir jetzt den großen Alkohol Altar keine Ahnung wie man das bringt. Dann machen wir hier auch noch schön sauber zu. Das machen wir auch sauber. Toll. Krass. Machen wir erstmal eine Backe hin das mal hier alles die O ist. Wir möchten ja eigentlich haben dass das Teil hier auch gut arbeitet. Also nehmen wir uns einen Spark und hauen auf diesen Spark drauf und sagen okay wenn du jetzt was brauchst dann hol es dir aus den Becken die einen Spark haben. Sozusagen das ist jetzt die bessere Alternative als die Spreader. So wir brauchen jetzt dafür einmal dich einmal dich und einmal dich deswegen lasse ich das auch gerade so schön laufen dann kommst du drauf dann kommst du drauf und dann kommst du drauf und jetzt seht ihr es wird jetzt die schöne die mana ausgezogen und ihr seht gerade in einer wahnsinnigen geschwindigkeit dieses seil hier arbeiten und ich habe ein terrorsteel ingot so das terrorsteel ingot kann man schöne sachen mit bauen das schönste aber was man daraus bauen kann hoffe ich nur dass ich finde genau da sind die nuggets und zwar ein elfen gateway dafür braucht man drei und natura pylon davon braucht man zwei das werden wir jetzt dann nämlich aufbauen wir wollen das tor nach elfheim machen was ich schon gemacht habe ist auch gleich an meinem botanier buch ja das ist nämlich das zweite ausgabe aber habe glaube ich noch eins da drin genau also das ist standardmäßig das lexica botanier und mit goldrand kriegt man es von den lieben elfen zurück ja die wissen halt was schön ist ne ja sag ich auch ähm das heißt jetzt wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen vor allem ähm jetzt die möglichkeit deswegen hat der auch hier und der da kommst mal weg danke ähm diesen spark und dieser spark äh soll halt nicht da sein der kann jetzt sozusagen das ja alles generieren der und der da sind sozusagen die mana pools die ist dann für das ähm tor nach Alfheim zuständig ist ich werde zwar dann auch noch mal die anderen glaube ich anmachen damit wir genügend mana halt haben aber jetzt werden wir jetzt gleich alles sehen dafür habe ich auch noch das mana tablet war das sagen das was noch vom letzten mal übrig gibt ja ich hätte mal gesagt ich lasse jetzt mal ein bisschen die steine da lass auch den spark da ich muss jetzt nämlich so spielplatz wie möglich schaffen auch das mana tablet lasse ich da den terra stil kriege ich noch irgendwo rein ich tue den packe ich jetzt mal mit hier rein irgendwann kommen da drüben das war dann hin aber ist egal Hauptsache ich habe platz ich brauche 9 2 4 6 8 9 auch nämlich noch mehr kohle muss mana produzieren wie ein weltmeister und das ist auch das was man dann mal demnächst mal automatisieren muss problem ist halt nur ich habe noch keine vernünftige kohle produktion 6 7 8 9 ähm am liebsten hätte ich halt da das hühnchen aber äh ja da sind wir noch ein bisschen aber nur noch ein bisschen entfernt das ist das schöne denn äh wenn wir das äh tor nach alfheim offen haben dann bekommen wir auch äh schöne sachen vor allem um eine quest abzuschließen die ja ich schon abgeschlossen habe nein ich 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 nicht ich nicht drauf gucken der mensch so rum so ja ich bin froh dass das überhaupt geht ich glaube in der nächsten version macht er tut er den block gleich äh deaktivieren das keine solche leute wie ich auf die idee kommen das so einzusetzen ok dann ähm hätte ich jetzt gesagt macht es ja äh sinn das vorzubauen also holen wir uns mal die ganzen utensilien das ist ein bisschen living wood das ist das elfen gateway und das ist das glimmering dann brauchen wir noch das da und dann brauchen wir noch die 2 mana pools und äh das mana tablet nehmen wir auch mit dann hätte ich gesagt wir machen hier noch ein bisschen ja genau ein bisschen platz dass wir die steine haben äh ich sehe hier auch schon kommen dass ich hier das mal irgendwann rausreißen muss und äh diesen steinweg was wir jetzt unten verwenden auch hier als standard äh nehmen weil eigentlich unsere dass da eine mauer hinkommt da wollen wir keine mauer haben so einmal alles zu leistet ich weiß hier wird alles versiegelt naja so was haben wir denn hier 1 2 3 4 5 6 das ist natürlich wenn vor dass du gerade ist nicht gerade sehr 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 schön ist aber 1 2 3 aus dem woanders hin dann hätte ich gesagt kommt hier die fackel weg kommt dann erstmal hier hin und hier gut dann hätte ich gesagt kommen wir jetzt dann auch da her so dann habe ich gesagt kommen wir jetzt dann auch da her so dann habe ich hier das auf dem gateway das kommt da hin dann habe ich livingwood hier so dann kommst du jetzt nämlich da hin dann gehst du nach oben dann kommt hier ein glimmering hin dann kommt hier nochmal einer nach oben dann brauche ich wieder einen stein da kommst du hier hin da kommst du dahin da kommst du hier hin das schöne da kommst du jetzt dahin ich habe runter und ich mir die füße aber und jetzt haben wir eigentlich das tor soweit fertig so dass du mir jetzt mal einfassen auch nicht mal schlecht aus genau und dann und da und da noch eine fackel hin und es ist auch kein rotes kreuz mehr da oder gelbe ist oder was auch immer ich bekomme keine besucher ja ich habe es total toll gemacht also das tor ist super du musst weg du musst weg du musst weg und du musst auch weg ja wer blödsinn macht muss leiden so jetzt schaut es schon besser aus dann kommst du jetzt dahin ich habe ihn geübt und jetzt sind es auch so und dann hätte ich gesagt als nächstes wir brauchen dann hier bitteschön die mana pools da und dahin den spark habe ich vergessen aber ich möchte noch vor allem bei den spark was anderes machen und zwar das ist mir beim letzten mal nämlich nicht eingefallen und zwar ist diese augments wenn ich sie finden sollte die mal ja ja wo biegen jo da sind sie und zwar ich brauche den dominanten und zwar zwei stück das heißt ich brauche es nur noch feier 2 ich brauche fix sie das ist ein problem dafür brauer schluss vor also das heißt das kann man sogar ersparen wenn man ja sozusagen das tor geöffnet hat das heißt wir gehen jetzt mal schnell enderpan holen nehmen jetzt aber gleich mal hier mit oder so ja das soll sich vielleicht auch noch machen auch netherbrick und lassen wir sie laufen und ich höre schon wieder regen was sie gleich hin liegt so netherbrick und netherbrick äh rune of fire ich brauche dafür mana steel mana powder dann powder das heißt wir brauchen jetzt davon vier und ich brauche ich sollte mal mitnehmen mindestens noch mal hier kommen gleich mal sechs mit ich werde schon wieder ein rumschreien so ich hoffe dass ich das netter geneter warzen oben habe ich glaube noch nicht wenn ich bin ich gleich wieder da also ich kann den netter warzen da hinten liegen rum liegen habe was ich aber nicht glaube jawohl da sind wir schon daheim so dann brauchen wir die enderpan die enderpan man gleich mal umgewandelt dasselbe machen wir auch mit dem eisen und mit zwei ganz ordern machen wir das auch dann brauche ich jetzt für die feuerruhen also einmal dich das war jetzt auch dabei ne nein Gott sei Dank habe ich geguckt dann einmal dich dann einmal dich dann einmal dich powder habe ich noch keins dann kommst du auch noch dann powder sowohl dann brauche ich noch ein 4-2 Dankeschön und wenn ich jetzt sowieso schon dabei bin kann ich auch gleich noch welche machen dann haben wir noch die Nummer 2 dann haben wir noch den 2 beziehungsweise Nummer 3 und Nummer 4 denn man verbraucht hier ich habe jetzt hier ich glaube von jedem noch einen drin außer Mana Mana habe ich gar keinen mehr Grund wunderbar so Rune of Fire und 2 Stück muss ich einstecken weil die Braumer die mache ich im ganz normalen crafting table richtig, 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 richtig richtig ok als dann heißt es jetzt für mich ich brauche jetzt mein tablet meistens mal da rein viel zu wenig dafür habe ich noch mal mal nach ringt er nämlich aufrollen dann was ich jetzt nämlich auch noch da rein laufen mein ring ist jetzt fast leer ich hoffe dass es reicht so was wir jetzt auf jeden fall brauchen ich brauche jetzt meine zwei sparks das war nicht weit uns dahin und du kommst dahin und wir brauchen jetzt die pylon bekommen es natürlich auch noch darauf das heißt jetzt müsst ihr auch das pfeil hier fertig sein wenn ich jetzt hier drauf klicke sieht man auch gerade dass der auf jeden fall passt dann gehen wir mal hier hin das heißt man schmeißt das hier einfach rein und hat ein bisschen fixe das und das buch selbe und man hat das lexica botania der zweiten generation so super ich hätte mal vielleicht noch ein crafting table machen können habe ich aber nicht so zwei pixi zwei davon und zwei und ich habe jetzt den dominanten ich weiß es nur nicht ob das geht hofft dass ich jetzt nicht die abbaue und ich es dort zu machen nein sehr schön das heißt jetzt kommt hier der hin und der hin so das sind jetzt zwei dominante und die dominanten ziehen jetzt aus allen nicht dominanten also aus dem aus dem darum kommt eigentlich dann ist dann auch irgendwann hier der weg ziehen die jetzt das mana an das heißt ich kann jetzt das mal noch produzieren wie ein weltmeister und die da hinten werden immer als erstes gefüllt sieht man jetzt auch hier an diesem an diesen fünfer das ist sozusagen das dominante ist also dieses zeichen hier wie viel kohle habe ich noch da 43 das ist noch reichlich denn das nie mehr ich habe es dann gelernt wenn ich nicht mehr brauche wenn ich dann weiß dass das ein kohleblock ist haft vorragen so also die laufen jetzt wie gesagt der da ist ja nicht so wichtig ich habe halt das problem wenn ich jetzt dann irgendwann denn das ist die braucht das halt wenn die becken nicht gefüllt sind der halt nicht abbekommt solange die halt dann aktiv sind genau so also wir haben auf jeden fall alfheim offen und solange die hier produzieren passiert so kann er da hinten an das tor auch offen bleiben mal so viel wie das jetzt nicht ab und wie gesagt wenn ich dann irgendwann merken sollte nee ist dann doch nicht so dann wird einmal der block in der mitte abgeschlagen ja das pixie das mal mal da hinten in die kiste und ich habe ja nicht umsonst rotten flash mitgenommen ich wollte nämlich noch ein bisschen leder herstellen so vier stück und dann und dann und zwar das war live in the forest nein was nicht dies war es genau und zwar man braucht ja die 64 pixie das habt ihr gesehen enderperlen also das heißt ich habe da wirklich ins deck enderperlen reingeschmissen ist auch sauber zurückgekommen und habe ich abgegeben genau das heißt wir haben jetzt das ähm forest viehzeug fertig habe ich dafür leider aus länger gebraucht als jetzt darum können wir uns ein bisschen darum noch kümmern äh harte breakfast ähm ja das heißt wir werden demnächst mal die küche aufbauen dass wir da dran kommen und äh den bee collector star und dafür brauchen wir dann auch wirklich die bienen und ich finde es faszinierend und ich will jetzt rausfinden wie das auch wirklich äh funktioniert äh denn das kenne ich nicht und zwar ähm wir brauchen jetzt bees und zwar hier attraction bees und dafür brauchen wir den bee attractor den bee attractor äh 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 im bee attractor brauchen wir fünf holz wir brauchen impregnetic casing das ist nochmal äh äh holz gleich die großen das heißt wir nehmen uns mal unten jetzt ein bisschen was raus weil da wird am meisten holz produziert so das heißt wir haben jetzt hier mal acht stück dann haben wir schon mal äh das da dann brauchen wir nochmal fünf haben wir jetzt auch und wir brauchen noch dreimal bronze müsste ich hoffentlich noch haben kann mich noch dran entsinnen dass ich mal ein bisschen was produziert habe ein bisschen bronze ja eins zwei drei so und dann schauen wir mal in den carpenter ob ich biomasse rutsch rutsch zieht euch jawohl hammer dann hätte ich mal gesagt gehen wir hier rein du bist raus du bist rein danke ja so dann hätte ich gesagt machen wir als allererstes mal äh das Rezept hier dann brauche ich ganz normales Holz genau das muss ich nichts ändern danke schön so dann kommt das da alles weg kommst du hier hin dann kommst du hier hin und dann kommst du hier hin kommst du da rein und wir bauen uns ein B-Attractor wunderbar wir haben einen hurra dann lesen wir mal ähm beer tractor uses power in seed oil for attracting beasts back back apiary ähm wir schauen mal schnell unseren apiary an das ist im westen nichts neues äh impregnant casing 5 und 3 sonst habe ich eigentlich jetzt da apiary an a better home for peace das ist jetzt nur die die special frage wo muss ich dich jetzt hinsetzen ich hoffe dass da nichts passiert ich hoffe dass da nichts passiert wie er checker interessant das heißt wir werden den gleich hinten hinstellen äh genau und die Pilonen kann ich auch gleich wieder aufstellen dankeschön ich bin jetzt gerade beim überlegen wenn ich die Pilonen weg mache gehen die dann kein Mana raus wäre natürlich interessant und das sind es einfach nur Effekte Fragen überfragen wir lassen mal doch weil wir möchten jetzt schauen dass wir diesen vier track zum laufen kriegen ähm wir brauchen also sozusagen Strom dann brauchen wir gehen wir mal nach unten in den Strombereich in den Strombereich so wir brauchen den wir brauchen den das Relais wir brauchen den Connector ich stelle das jetzt einfach mal hier hin das stelle ich mal oben drauf dann braucht man noch ein Kabel und ich brauche noch einen Eimer mit Eul muss ich jetzt dann da einfach aufklicken ja muss ich so und dann heißt es du da zu dem da jawohl und der produziert uns Bienen ok also sozusagen ein Bucket sind vier Bienen das heißt jetzt für mich ich brauche jetzt Seed Oil aber wie ein verrückter das heißt da muss ich auf jeden Fall auch etwas besseres machen jetzt ist mal für mich die Frage Seed Oil gibt es da noch eine bessere Möglichkeit an Seed Oil ranzukommen der Squeezer der Mechanical Squeezer nö der Fluid Tank der Bottler nein eindeutig nein so da kommen 10 Millibuckets raus da gehe ich jetzt mal Hemd wiederholen ich glaube da könnte nämlich mehr raus so haben wir für kommentar raus auch zehn millibuckets okay dann ist es egal muss ich mal weizen wie sie auch die millibuckets aus egal gut dann ist es ja schön wenn sie gar ist vor allem weizen habe ich momentan noch mehr was laufen lassen macht eigentlich fast ja das problem ist gerade ich habe halt mein strom hier hinten macht und man ist vorne ich könnte mir jetzt eine ender chest bauen und sagen okay tun wir mal die sieht die wo da hinten kommen hier rein das wäre möglich ja aber frage mich gerade kriege ich eigentlich nur vor ist und in der nadel drohne daraus aussieht zwei einen zack frage beantwortet also ich kriege alle standard bien das ist schon mal das ist schon mal schön ich habe eine maschine tropical ich muss mal schnell verdammt ja weiß was ich los kriegt ich nicht los das heißt jetzt habe ich platz in der kiste also ja einfach nur das wollte darum auch nicht schlecht ist nicht verschwunden sondern hätte ich gesagt dass da erstmal die ganzen bienchen rein wir haben infernale wir haben eine forest in dem meadow okay da haben wir zwei verschiedene dann haben wir noch eine maschine meadow genau haben wir noch nicht tropical kommst du dir auch dahin wieder so was sagt er mir denn als nächstes was ich noch ja ich soll ein api bauen das ist mir klar simpler gen kopien okay dafür brauchen wir eine apiary haben wir gesagt auch mal flanken okay mal gucken ob ich hier noch irgendwo holz umliegen habe vielleicht muss ich deswegen nicht vorrennen danke habe ich so dann 1 2 3 4 5 6 7 8 und weg auch noch ein slap dann auch gleich mal gucken bleibt werde ich nicht da haben müssten eigentlich vom holz da sein vermute nur halt muss gucken ah ok den kraftig ganz normal das ist super das heißt jetzt du kommst so hin du kommst da hin du kommst da weg du kommst da hin dann nehme ich nämlich dich und dich und ich habe ein apiary wunderbar nächste quest auch noch abgeschlossen das heißt so das heißt der apiary der kommt jetzt genau dahin wo wir vorhin schon waren kommst du kommst jetzt da hin wir legen uns mal kurz hin denn ich brauche ein paar blümchen ich hoffe ich hoffe dass auf die ocean dass das jetzt ja dann ganz toll was ich gemacht habe okay da unten haben wir die analyse da müsste man eigentlich auch hin ja sehr schön das heißt wir gehen jetzt noch mal schnell ein bisschen bienen produzieren problem ist halt ich weiß es nicht was das heißt verbinden sind ohne den analyzer ich habe aber auch noch das zweite problem ohne honig er kann ich auch nicht analysieren also ich habe sowieso nur genau ich habe sowieso nur die meadows also wenn ich die meadows auch jetzt erstmal züchten macht meiner meiner nach am meisten sinn bevor ich das tüchten anfangen kann so dann gehst du mal da wieder rein dann kann ich wenigstens noch eine runde bienen produzieren okay wir haben eine weilens wir haben eine modest okay das ist noch die wüsten wir haben eine ender okay er tun noch mal forest noch mal das und wir haben noch eine mystical okay also das heißt es müsste magic wie sein magic wie sein forestry genau aber wie gesagt die die biene ist super müsste ich aber im neder züchten ich könnte jetzt mich dafür wirklich inspirieren dass ich jetzt neder tor bau dass man das dann da auch machen könnte aber ich will jetzt vor allem wissen ob das möglich ist dass ich das jetzt hier kann okay er sagt mir ist es kein licht da das ist wunderbar das heißt jetzt aber ich finde es nicht dann daher stellen dass da ein machen das lustige schreibt hin kennt work aber er wird die mit den bienen fliegen die fliegen jetzt zu dem das ist cool das ist cool cool gemacht sieht man die bienen zu den blümchen fliegen und jetzt fliegen sie wieder zurück ist das cool schöne neuerung so zusammen sozusagen jetzt den honig ja finde ich weil man zwar vorrangig das heißt jetzt für mich nicht immer schnell zwei stecks mit holen meistens da rein wenn wir noch wenigstens herstellen dass wir noch mehr bienen züchten können weil wie gesagt bis jetzt habe ich halt nur eine einzige princess die wo mich weiter bringt das ist natürlich nicht sinn und zweck des handelns so machen wir da was ja ich habe noch eine infernale und ich habe noch eine ende super und eine die wohl in der wüste leben kann auch noch hervorragend ist ganz besonders toll wenn man im ozean lebt funktioniert nicht so was ich auf jeden fall halt festgestellt habe dadurch dass halt die die nicht mit drin ist ähm prince princess princess es ist also auf jeden fall übersichtlich was man anbieten machen muss das hat schon mal einen vorteil den ganzen käse hier durch züchten aber wie gesagt ich brauche auf jeden fall mindestens noch eine königin oder prinzessin königin will ich keine kriegen das super ich bin ich ihn kriegen geht ich weiß ich könnte auch über brutalia glaube ich komme ich auch noch dran aber das ja das sind wir momentan so weit weg beziehungsweise es gibt dringendere sachen um die man uns über die ich mich jetzt dann kümmern muss wie gesagt ich brauche eine tropical ich werde immer wieder offline nicht schauen dass ich dann genügend seed oil herstelle dass wir auch genügend bienen herstellen dann einfach machen wir so oder genau dachte ich auch so aber wir werden uns das nächste mal glaube ich um master chief kümmern müssen denn äh wir müssen mal schauen dass wir hier die besseren ähm Produkte noch rauskriegen dass wir uns mal eine küche bauen dass wir uns äh an die nächsten großen sachen rankommen denn wir brauchen ja das hearty breakfast und dem die collector und wenn wir das haben kommen wir an die hühner und wenn wir an die hühner kommen das ist jetzt auch mein äh priorziel nummer eins äh dieses freizuschalten also das äh geht dann auch demnächst irgendwann weiter aber wie äh die chickens sind das wichtigste denn wir möchten so schnell wie möglich äh ressourcen haben dass wir nicht mehr wissen wo hinter und vorne ist genau vor allem zum beispiel kohle dass wir hier botania voll automatisieren können ja und so weiter und so fort also das ist sehr wichtig genau da kümmern wir uns dann sozusagen die nächsten male drum ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und wir sehen uns das nächste mal bis dahin ciao ciao